so hat er wieder zu den folgern ja ich drauf mit dabei ist J der gerade noch und dann war uns spielt und die Panda die Banda ist anscheinend nicht wir können dann hoch ich finde gerade also wenn wenn ich jetzt elf die das finde ich finde gerade einfach und hier war und nicht wenn ich jetzt elf die auskühlen dann können wir hochgehen wenn wir hochgehen und noch beitragen ich bin noch drauf am lavasee gefunden und er mit der leute ich bin jetzt gerade kurz bauzauber schluss drauf ja damit ihr die folge noch entkriegt ja damit ich die folge noch in regeln ich auch so und ich muss jetzt kurz in die Bühne vorn wenn wir wieder reinziehen dass ich weiß was er macht dass er keine Scheiße baut servus schlicht genau ein Stück wollen habe keine die erst gefunden sollen wir sind maximal vorliegt aber auch die Versorgung des Spektrums da ist dass sie nicht diese Sekundenzahl haben gut wenn die Sekundenzahl jetzt da wäre würde sie mich nicht stören aber irgendwie das ist so ich weiß es ist so eine Angelegenheit ich werde wirklich die hatte ist da war schluss es ist jetzt ja es ist aber schluss ich bin jetzt noch um so ich habe das wirklich noch nie gemacht wenn ich ehrlich bin ja ich bin so leute das hier das war das ist notwendig wo ist ein Lecht gerade hier auf unserer Sache weißt du warum es so leckt? mhm aber ne lecht gerade wie der Spaß ne ist scheiß einfach mal dann wenn du sie rausgist, weil sie es machen kann mhm mhm hm mhm 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 ja halt jahr-alb mhm 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 den haupt nicht aber hat mehr abgibt die haupt ich habe halt jetzt schon drei vierte drei machen und wer dann haupt die vier jahre oder so bleibt sogar 3 4 4 hallo hallo evilon ist evilon du bist schon mitten in zwei aufnahmen einmal in einer spontan war aufnahmen zu mir mal eben sagen wer überhaupt im kurs er ist sie und kärle ist wie zum kämpfler kaum lange wolle die schlugen die schlug uns einfach okay der schlug und ich nehme heute hier war und ich stand ich konnte euch anscheinend obwohl er und ich zusammenziehen kann ich nicht weil ich keine folgen mehr habe weil ich auf der seite gestern einmal gejointed bin stark 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 schau von jay und lebt ihr in spontanen wochen ja ok zu glück habe ich gerade nicht die korte zu glück habe ich gerade nicht die jahre an so sehen wie unsere korts ne wir feiten morgen in gegen so äh gegen welches kopf habt ihr ich zeig eh nicht meine korte ja wie sind alle drei polier ja wir sind auch sag mal der nehmertag ne der 3 welches schwert habt ihr welches schwert habt ihr ich war 5 ja was hey easy ich hab sogar feierstack 2 ja wir können nur noch ein bisschen machen wir hatten bücheregale gattendorf ok er muss erst 3 f3 das geht nicht hier wolltest du f3 ausmachen ja da geht das nicht ne ne das geht doch nicht hätten wir es kann man ja in einem halben ja egal sogar hat er 3 jetzt wird auch mal eben mal nein ich bin ich habe keine chance doch ich habe doch auch in der erhe nicht so egal ob es darauf hat sie gekürzt ist jemand das war so wie vier ich habe eigentlich gerade von uns bei der stärkere schwert aber das nicht nur noch hochbrüsten deswegen werden wir nicht gegen euch halten wir haben auch nicht gesagt dass wir gegen euch halten ja ich habe ja aber mit fire aspect 2 oder 1 ja ihr habt ja auch ihr 30er gab es nicht mehr als sie gar nicht mehr als sie gar nicht mehr als sie gar nicht mehr als sie aber auch von der lösung von 20 28 1 gefällt ich kriege davon zwei so schützt die reine ich hoffe wir haben auf einmal ganz armee hier und das geht jungen es ist so nervig sind einfach alle da Für 8 Level. Mach's. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Du kannst es machen. So ist das 17 Level. Oh hab ich wirklich... Wir haben die Dinge gefehlt. Das melt man ein Gold. Ich hab keine ahnung wie wenig ich mache. also das war aber richtig kappen in schweizer franzose gewonnen also ich kann richtig muss ich muss unbedingt neun ab die mussten mit den mal gibt mal ein ausrufezeichen obwohl er macht nicht weil dann ist das in meiner aufnahme zerstört ja ich wollte dass sie ein liter machen aber ich erstens weiß ich habe die jahre ist nicht was ist es wie viele sind wenn du wohl dir kommen wie viel sagt man es ganz im zins macht ihr ja scheiße aus macht ihr aus junge stumm dem bot mit junger jetzt kann ich nichts dafür junger jetzt bekomme ich musik hoffentlich darüber und dabei die aus ich den entscheidend eingesammelt eigentlich ist der kanal von jay und mir wenn wir zusammen war es auf den eigentlichen den kanal ja ich bin schon also ich mag es gerade nicht ich muss nachschauen aber wir haben sogar die erste folge ich glaube ich einmal ganz kurz gesungen ja doch ich habe upgraded gesungen als wir in der höhle waren habe ich glaube ich haben ja und dann ab der zweiten folge haben wir richtig angefangen zu tinken ja dann haben wir glp uns so ein scheiß gesungen um beim stil die ich lege ich lege ich lege und alle sechs nur die ex-prudiert und es ist aus dem jungen das hat sich ich habe ich sie immer eigentlich wenn ich war und im wahrungsweine wenn wir das ja aber man nicht mal in einem ist auch langweilig und dann die leckte die ich komme ich finde für wenn man mit der zieler gespielt das guckte was also ja äh, keine Ahnung, was Panna sagen würde. Ihr werdet uns nie herausfinden. Ja, das war's mit der Folge. Hau rein, ciao. Also, ich finde es bei, ähm, Cookie Plugin, finde ich, tausendmal geiler, dass, ähm, Cookie Plugin, BRC, mätt ich. Und wenn man Optifine oder so spielt, finde ich, tausendmal geiler Kampfgurz ist, weil das dann irgendwie viel geiler aussieht, wenn man jemanden killt. Und wir, also, keine Ahnung. Scheiß auf. Ich hab jemanden gekillt und jetzt ist er einfach gerut. Oh, Mann. Äh, soll ich mir 9 Engen machen? Und sollte ich mir 9 Engen machen? Ähm... weil ich muss maximal 10.000 gefeilt. Moin, wer ist da? Ja, ich bin. Moin, moin. Servus. Und das hat die gerade gemacht? Äh, ich bin gerade mal, äh... Das sind Kindergebäumst. Ich gehe eben, dass ich nicht komme, wo die Leute gerade und ich ja, warum? Scheiße gerade. Ja, warum? Ja, ich bin gerade so, dass man mal auf geht? Äh, ja, das habe ich mal mit mir, Jay Gertzock und jetzt bin ich dann auf 4.000. Also, 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 ich bin ganz, ganz ehrlich, ja, ähm, dass ich weiß, dass, naja, ähm, ich wollte euch, also, eigentlich, also, ich wollte euch den Spartan noch packen, ja. Äh, was hast du für Glück? Äh, ich bin mit Jay, wahrscheinlich einer Fulldi, einer Haft, einer 3 Viertel, ähm, er macht sich in Schärfen 4 Eil und ich meine, ich habe, ich habe 3 Diapaya 1, ich habe Power 2, beide können sich, äh, jeweils, glaube ich, 5 oder 6 Gaps machen. Junge, Panda halten eine Fresse. Nein. Okay, ich bin nie wieder mit dir. Okay. Nein, Wycock hat OP-Crew. Safe wieder. Ja, okay, dann, ich wollte euch den Spartan noch packen. Ich bin, ne, 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 ne. Junge, Panda, du kannst nicht singen, jetzt halt deine Fresse. Ich kann nicht singen, aber ich muss... Junge, es fackt ab. Jay kann singen, du nicht. Ich kann auch ein bisschen singen. Ich kann besser singen als 95. Witch Up. Wait, äh, oh ne, du spielst nicht, KitPvP. ja das ding ist die leute ich muss bei kittpvp aufpassen also du darfst nicht aus einer combo rausgehen darf man nicht warum es ist so eine regel auf kittpvp das macht man und ansonsten hast du nicht mehr und das möchte ich ein scheißegal durch noch mal mehr und die kommen kommen die anrengt die von Bilduhr 10 Kassian anrengt Bilduhr 10 Kien hat er recht ist das nächste Karte noch mal ich hab's nicht verstanden gehen die also oft das an entscheidet buch und auf den laber einmal hey i just met you and this is crazy here's my name and all the other boys are gonna hate me was ist euer Lieblingswahrer Song was ist mein Lieblingswahrer Song ist ähm der Steckswärts Song hey warte mal hey also zum Beispiel der nicht der ich und Stegi kiegt dann an fack ähm Stegi ist jetzt rothaft ne Freund verloren irgendwo alleine verloren ich den Füßen mit die Lava ist was hast du Fakes einfach wer ist nein nein der Zombie Junge der plant einfach auf einem Block der einfach mit dem Lava steht ist ja ich hab's ein halbes ne somewhere alone ich find oh ich kann nicht mehr zu tun Leute tipp ich mir tot Ich freu ja das einfach so nachzumachen, weil ich deshalb die Reaktion einfach so geil fand. Komm wieder. So Leute, das war's für die Folge, wenn ihr es wieder gefällt, dann geht ihr wieder nach oben und tschau. Bis dann und tschau.